Was ist Gefäßdoppler? Jeder, der eine lokale Wettervorhersage oder einen Fischfinder angesehen hat, hat ein Doppler-Bild gesehen. Auch die Medizin nutzt den Doppler-Effekt seit vielen Jahren zu ihrem Vorteil. Vaskulärer Doppler-Test ermöglicht es einem Arzt, direkt zu sehen, wie Blut in Echtzeit durch die Arterien eines Patienten fließt. Dabei kann er Arterienverengungen, Blockaden und sogar Blutgerinnsel feststellen. Er kann auch das Fortschreiten einer Arterienerkrankung leicht überwachen. Eine vaskuläre Doppler-Sonografie wird auch als vaskulärer Ultraschall bezeichnet. Ultraschallprüfungen verwenden Hochfrequenz-Schallwellen, um ein Bild des Untersuchungsgebietes zu erstellen. Dies geschieht mit einem Schallkopf, der gegen die Haut gedrückt wird. Der Wandler sendet die Schallwellen und zeichnet das Bild auf, wenn die Wellen zurückreflektiert werden. Dieses Bild wird sofort auf einen Videomonitor übertragen, damit der Techniker es sehen kann, und kann auf Video aufgenommen werden. Für die vaskuläre Doppler-Sonografie wird der Techniker diese Schallwellen auf das Herz und die Blutgefäße des Patienten konzentrieren. Während fast jedes Blutgefäß mit dieser Art von Sonogramm untersucht werden kann, interessiert sich der Arzt normalerweise nur für einige große Venen und Arterien. Die häufigsten Bereiche sind die Arterien und Venen der Beine, des Bauches sowie des Kopfes und des Halses. Während dieser Test etwas beängstigend klingt, ist der vaskuläre Doppler vollständig nicht invasiv. Das Einzige, was tatsächlich in die Haut eindringt, sind die Schallwellen. In den untersuchten Bereichen wird ein klares, wasserbasiertes Gel auf die Haut aufgetragen, um einen besseren Kontakt für den Schallkopf zu schaffen. Wenn der Techniker den Schallkopf auf der Haut herum bewegt, hört der Patient möglicherweise einige pulsierende Töne, wenn der Blutfluss untersucht wird. Der Techniker muss möglicherweise auch Blutdruckmanschetten an den Armen oder Beinen des Patienten anbringen, um Messungen an den untersuchten Gefäßen vorzunehmen. Ein Radiologe analysiert das Video und erstellt einen Bericht für den Arzt. Es sind keine Nebenwirkungen oder Komplikationen im Zusammenhang mit dem Doppler-Ultraschall bekannt. Dieses Verfahren wird routinemäßig und sicher bei schwangeren Frauen durchgeführt. Vaskulärer Doppler ist nicht auf ionisierende Strahlung angewiesen und bietet ein klares Bild von Weichteilen, die auf einem Röntgenbild nicht zu sehen sind.